so mal gucken also wir haben ungefähr 130 spell der mensch aktuell eigentlich sollten wir knallen wir sind nicht voll bis uns fehlen noch im endeffekt noch zwei items theoretisch weil wir halt kein pvp fahren und ein bisschen mit dem charme aber sehen wir haben glück gehabt dass wir mal keine primär haben wird schon mal rein der wird so oder so gleich babbeln und hier wenn man den mal gucken was passiert es geht aber ich muss sagen der der mensch ist nicht so hoch nicht den vergleich mit der eule ist es halt nichts ehrlich gesagt also meine eule macht hat irgendwie 400 mit ihrem search das ist das krasse meine eule macht mit star search 440 und ich mache mit lavaburst 330 oder so das hat irgendwie nichts muss ich sagen ich glaube aber wir verlieren hier ein bisschen ehrlich gesagt ganz bissel wir machen wir weg und ich habe so ein bisschen die befürchtung dass ele shaman vielleicht nächste phase doch nicht so geil wird irgendwie so ein bisschen der der damage fehlen würde das hier weil es gibt ja diese damage reduktion im bg und ich glaube das wird dem ele shaman verdammt weh oder so genennen der die kette flecke und ich habe schon seit das war der zweite schade nicht hoch gespielt habe auf level 25 den habe ich schon sehr sehr lange ach du hast auf ele rollt also wie gesagt also es geht schon aber der damage ist nicht so geil ich meine guck dir das an weil die eule macht hier so viel mehr vergleichen der weise aber vielleicht wird es auf 40 doch geiler ich meine du kriegst chain lightning dazu du bekommst hier mehr crit damage dazu du kriegst reichweite dazu cast time und so weiter elemental mastery kriegst du muss mal gucken ob es reicht und wir nehmen uns mal den bär sehr gerade mit was auf jeden fall dies war wahrscheinlich besser wird sind hier die primates weil die werden sich aufteilen nach arati becken und warsong je nachdem was besseren farm gibt sind es entweder wohnung labieterin ob das wird ganz nett oder ist die fleck die doch down hier haben wir sehr gut ich habe glaube ich dieses ekelhafte petter mir dran was leider mehr schaden macht als mein lauer bürst was leider mehr schaden macht als mein lauer bürst ich habe die serpen dir weg wie viele ihre haben wir denn auf dem char wer aktiv 100 also bräuchten wir noch 4p 3 30 es fehlt irgendwie schon eine menge der menschen auf dem lümmel aber ich denke mir ganze zeit so viel mehr spell damage kann ich gar nicht bekommen also ich könnte jetzt noch so 10 15 spell damage mehr kriegen und 20 vielleicht also lava bürst wird nicht unbedingt mehr werden damit der flagge über den friedhof gelaufen tatsächlich wenn sie ein doppelkast geht dann der mensch da kann man nicht mehr kann das sind dann ungefähr weiß nicht 500 damage ein bisschen mehr dann ist eigentlich in ordnung aber ohne doppelkast ist halt was hat extrem viel setup für so ein ding mit hier ein bisschen lack drauf die nun gerade wieder standen wir waren hinter mir kriegen wir die weg die dinger ja der ist schon weg sehr gut die kommen auf jeden fall tunnel wieder raus die lümmel einmal schnauze rum eigentlich sollte der platzen ja ich habe nicht mal meinen cast durchbekommen rip aua aua ich habe nicht mal meinen lava bürst durchbekommen aber wir kriegen doch später das talent hier oder wo ist es ja das wird ganz geil sein vor allem gegen schurken und sowas wahrscheinlich kannst du dann später naja man nimmt das schon mit oder es gibt man irgendwie so wahrscheinlich pvp wohl da vielleicht noch einen punkt rein da noch einen raus wahrscheinlich irgendwie so macht man kann ich mir vorstellen sehr gut ich meine wir kriegen die flagge nicht aber im endeffekt verlieren wir auch nicht oh warte mal wir haben die flagge gepickt zumindest versucht zu picken okay wir haben jetzt den full turtle hier ist das unser plan einfach full turtle bis die gegner rausliegen anscheinend ja na gut da gehen wir wieder rein wenn da der plan ist mal weg dingsn hier ich glaube ich kann ihn stun und joggen oder aber es hat er reichen und den aber schnell pürtschen ich meine ich komme nicht ganz hinterher aber nein ich war stuck no ich war der wand stuck Leute Tau ist zu fett gewesen ich hoffe kommt irgendwie noch ran das wäre nice na ich denke jetzt durch nur weil ich da so doof stuck war in der mauer ich glaube uns hätten wir vielleicht noch connecten können ganz eventuell mal 440 mache ich hier hm 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 Ich kenne die Pads down, das wäre gut, ja, wäre nice. Jetzt mal den Warrior hier durchhealen. Ich glaube ich habe nicht mal Poison Remove gelernt, oder? Nee. Da war ich gut faul. Oh, das tut so weh, ne? Ja, mit so einem dicken Lava-Bürst-Karte wird er wieder standen. Aua, aua. Das tut richtig weh. Gehen wir auch mal ein Stück zurück. Aber ich muss sagen, so PvP fühlt sich allgemein zur Zeit nicht so geil an. Ich hoffe mit 40 wird es ein bisschen geiler werden. Ja, ich denke schon, ich meine, die meisten Klassen kriegen schon sehr coole Talente mit dazu, ne? Muss man sagen. Ja, ich denke schon. Okay, Pads offiziell down. Sehr gut. Da kann man Rogan Nation Warrior. Ich glaube, wir sind wieder alle in der Death drin. Kann das sein? Ja. Sind wir tatsächlich? Aber ich glaube, der kommt trotzdem raus. Oder sogar zwei Rogues. Oh, oh. Nein, der zweite Karte hat widerstanden. Rip. Rip, rip, rip. Prak. 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 Amm. Ich glaube, hier sind immer noch alle in der Turtle drin. Ich würde sagen, wir gehen mal mit zurück. Turtlen wir mal mit rein. Ich finde es so geil, jeder schütte einfach rum. Irgendwie da oben war ein Hunter, oder? Der gerade einmal rumgeguckt hat. Wo war der Lümmel? Okay, der wird gerade kaputt gehauen. Hmm. Wo kommen sie? Und da kommen sie. Ich gehe mal direkt aufs Pad drauf. Muss weg. Dauert nicht so lange, gute Trap hier auf jeden Fall. Ich habe direkt die Fab Dispelled. Ich dispelte einfach durch. Ich gehe die Healer so nicht durch damit. Ich will Turtlen einfach rein. Finde ich gut. Hör mit. Weil ich brauche die Ehre so oder so. ne? Der arme Shame Adruide ey. War nicht Dings da gerade? Oder war ein Rogue durch? Ich habe gerade schon gemutet. Gehustet. Gehustet. Oh. Das ist auch Rogue. Sehr gut. Schnell die. Schnell den. Oh. Jetzt ist bad. Ich glaube jetzt kommt er raus oder? Ne. Jetzt Tunnel raus geht. Ich habe es nicht zu viele hinterher gelaufen mit dem Lümmel. Wo ist er? Hier ist er. Oh oh. Kommen wir doch noch ran? Ich denke der. ist durch. Er hat auf jeden Fall gefeppt. Der Gude. Na das ist ein GG. Aber ich muss sagen wie gesagt. Übel enttäuscht mit Ehle Shame in die Phase. Ich hätte gedacht da geht mehr auf jeden Fall. Ehe. 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 Wunderschön. Wie geht es so? Alles gute Wochenende. Sehr schön. Wunderschön. 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 Wunderschön.